Ich schreib da jetzt was hin Nein, da kommt nicht jemand woanders hin Mann! Lass mich doch mal da was drauf schreiben Nein! Da steht bestimmt noch irgendein Müll drauf Ruf Ruf, alter So, jetzt reicht's mir Ah, Mist Blöde englische Schrift hier Siehst du, ist das jetzt da oben eigentlich drin? Hier, jetzt guck's dir mal an Nein, lieber nicht Doch, wird's unsere Zuschauer auch schön lesen können Sie bestimmt will irgendein Müll Nein! Doch! Das ist eine wissenschaftliche Abhandlung, die ich da drauf gemeißelt habe Alter, ich warne dich Steht da was falsches, krieg ich dich sofort Bist du kacke Ich für allen Du bist gestorben Na und ich lebe aber wieder Ja Sehen mir vor, ich bin überhaupt noch nicht gripiert Ich weiß mal wieder, dass ich der bessere von uns beiden bin Mich ist schon so oft hart Bist du nicht? Doch Nein! Hier geht's nicht um Besser sein als der andere Sondern um Wie geht's ich um Triumphe? Ich geht's um Fun Fun? Hm? Was ist Fun? Ja, was ist für Fun? Wie ein Mudstone-Block Ha! Was es nicht alles gibt Na schwulku biet Ja, na schwulku Oh ne, macht niemals Russisch als Oh, usch usch Russisch als Dritte Fremdsprache Russisch Mülch Nee Mülch Ja Ja Derjenige wird sich schon noch angesprochen fühlen, wenn er das hört Hahaha Ah, unsere Zeit ist bald abgelaufen Mein Gott, nur 10 Minuten Junge, beruhig dich mal Eigentlich ja 7, aber Wir wollen ja mal nicht so sein Ja Ich muss auch noch das Intro vorschneiden, also Das ist nicht so schlimm, wenn es jetzt ein paar Minuten rüber geht Macht euch nicht wundern Freut euch lieber Ihr könnt doch noch mehr langweiliges Zeugs von uns sehen Ja Wie bei Leuten in der Gegend rumhüpfen Ich hüpfe gern herum Du kannst dich verpissen Das war nicht nett Ja, das war auch so ein Zweck Tja, jetzt wirst du wohl Ewige Höllenqualen erleiden Try hit me Wie viel Geld hast du denn? Ich habe 4 Silber Ich hab mal mehr glaube ich Nee, hatte ich nicht Dann hast du dir ganzes Geld verloren Jetzt hab ich wieder eingesammelt Ich pack's jetzt mal hier in die Kiste rein Einer von uns muss dann 50 Silber tragen kurz und dann kommt der Händler Der ist die Achterbahn meiner Freunde Händler Koppelsort Nee Wir müssen Minern Bis zum Get Now Zum Get Now? Hm Schalt hat keine Effekte Nur bisschen kritischen Schadenprozent Tja das ist natürlich Öh Öh Nicht Öh So Murderous Iron Broadsock Mensch jetzt Weiß ich jetzt coulda forged ich machen wollte Nee rechts ist doch Ganz viel Gedöns zum Abbauen Beim Spawn Ja und? Da geh ich jetzt wieder hin Doch Ja mach ich auch Da mach das hoffentlich stirbst du ich werde mich an den Grab weinen ich werde so noch ein Freudentänzchen aufführen aber anders bist du ja nicht von mir gewohnt in meiner Sicht ja neben der übergroßen Herzensgüte ja alle nennen mich immer wegen der Schreckliche nein bin ich gar nicht schrecklich eigentlich heißt das wegen der unbietigen das muss immer falsch interpretiert soll das gerade witzig sein nein das soll es einfach bloß klarstellen dass ich nicht schrecklich bin das Prozent die Weite noch nach rechts bestimmt schon wieder vorbeigerannt was ist das denn ein Mugg 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 Arschvollkobiet Arschvollkobiet Mugg ey hör mich auf nein das war doch schön so schrecklich oh ooooh ooooh Ich bin bestimmt wieder dran vorbei gerannt. Ja, ich bin gerade drinnen, nämlich. Mann. Nix kannst du. Au. Mann. Haut's ab. Oh, Fail. 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 Is it possible for you? Ah, du weißt wie's weitergeht. Obaut a nice cup of. Ja. Ja, weiter weiß der ja. Nee, jetzt wird er klar. Au. Soll ich das wirklich machen? Mach doch. Obaut a nice cup of. Shut the fuck up. Wo ist jetzt ne Hölle? Ah, nicht nur dafür. Nicht nur dafür. Oh ja. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Is it funny? Raus. Ha, ha, ha. Ah, Pia. Oh, geht der noch weiter? Ach, oh. Tromolo, Trolololo. Tromolo, Lolo, Lolo, Lolo. Rotten weg! Nein. Arsch, ey. Zu spät kommt derevenstrafing. Ja, also du. Stellich weg. Nein. Hast doch ein alter dahinten. Ist alles voll. Mann, wir müssten ja doch schon bald unter dem Haus sein. Hier ist alles voll mit Eisen und anderem Gedöns. Das ist doch schön. Jetzt noch ein bisschen Silber. Überober. Luft. Ich bin zu voll, um jetzt da hochzubauen. Wow. Sehr voll kann. Äh. Oh, jetzt schon fast eine Stunde erreicht. Ja. Ja. Ja, ich wollte es dann nochmal gesagt haben. Ja, ist auch dumm. Ja, ist doch schön. Ja, ich komme hier nicht wieder raus. Haha, hoffentlich stoppst du. Das hast du verdient. Nein. Der Wandel der Zeit ist das Gesetz der Natur. Und diejenigen, die nur die Vergangenheit im Auge haben, ja, die Zukunft verpassen. So sieht's aus. Oh, hast du das jetzt schon wieder geklaut? Hast du mich nicht geklaut? Doch. Ja, ich bin nur ausgedacht. Äh, ja, hab ich nur ausgedacht. Ja, Wikipedia auch. Wen hab ich ausgedacht? Nein. Nein. Was? Hm? Mensch, hier war noch was. Wohin denn jetzt hier, äh? Es müsste nicht weit sein bis nach oben. Hau ab. Schleuchte dir den Weg. Nicht mehr dazu, dass du so wiederholst. Ich, da oben. Was da oben? Ja, wir sind gleich unter der Hütte. Jetzt stehe weiter links. Das war's, die Folge ist vorbei. Müssen wir uns verabschieden. Winke, winke. Ah, das ist doch Eisen. Ja, also. Wir hoffen natürlich, dass euch die Folge bisher gefallen hat. Und, naja, gebt mal euer Feedback, was wir alles falsch gemacht haben. Das wird bestimmt eine Menge sein. Die Folge hat nicht mehr mir gefallen. Und ich spiel's gerade. Tja, das ist natürlich schwach. Naja, also, wir sehen uns denn zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.